Der transparente Stickfuß Nr. 39 ist die neuere Version des beliebten Stickfußes Nr. 6. Beide sind zum Nähen von kompakten Dekorstichen geschaffen. Mit seiner transparenten Sohle bietet Nähfuß Nr. 39 noch bessere Sicht auf den Stichbereich. Er verfügt zudem über eine rote Markierung zur Kennzeichnung der Fussmitte und Nadelmittelposition. Die breite Fadenfreistellung an der Fussunterseite ermöglicht ein problemloses Gleiten über dichte Stichformationen. Eine weitere Spezialität des Nähfusses ist das Loch vorne in der Fussmitte. Hier kann ein Beigarn durchgeführt werden. Das Beigarn wird von vorne durch das Loch gefädelt, der Nähfuss eingesetzt und der Oberfaden zusammen mit dem Beigarn unter dem Fuss durch nach hinten hinausgezogen. Das Beigarn wird durch den Fuss festgehalten.